Hallo, wir sind Pelle. Ja, und der da, der sich um eins wild drängelt. Sehr nett. Wir wollten uns mal bei euch vorstellen. Und was wir so machen. Wir sind Stressmanager. Und dann sind wir noch Coaches über therapeutisches Lugenschießen. Und wir machen gerne Werbevideos, ne? Ja, ich mache gerne Werbevideos. Happy Dusty to you. Happy Dusty to you. Und wir sind noch Detox-Verater. Na, Pelle, was ist denn los? So eine Scheiße. Also, mach mal ein bisschen Detox, Alter. Und wir unterstützen euch bei Instagram-Fragen. Schreibt uns mal. Schönen Tag. Tschüss.